So hallo, hier ist euer Temmo67 hier wieder und der Dragonjay hat uns heute verführt mal einen Wörter zu suchen. Oh, mal gucken, mal gucken, es ist dunkel hier. Ach, da ist er. Oh, ich sehe gar nichts. Da ist er, da ist er. Oh, 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 oh. Ich dachte, wir müssen mal hier Gold suchen, wenn man erstmal einen Bogen kriegt. Wie war es abziehen, Goldschick hat man einen Bogen, ne? Aber nur ein Schuss. Ich bin halt die Tech-Kliff, deswegen habe ich unendlich feiern und kann so viel Spann wie ich will. Okay. Ich nicht. Mal gucken, wer halt der Mörder ist, das ist das Dreh, ne? Mal gucken, mal gucken, ob ich auch wo Gold finde. Hier ist Gold. Bis jetzt ist noch keiner. Okay, ich habe nichts gesagt. Da ist was krepiert. Ja. Das ist ein Holzmensch. Da ist noch was krepiert. Da ist noch was krepiert. Ja, ich glaube nicht bei uns. Ne, das ist an einer Ecke war das laut. Ich glaube, Janka ist die Nacht dazu schon. Nein, ich bin innocent. Also. Hier liegt ein Toter. Ja. Eindeutig männlich. Hier ist Fächer. Alter. Oh, 28 sag ich mal. Ja, hier ist noch einer. Ist denn noch ein jünger Hüpfer? Hier liegt so ein Zombie. So ein Zombie. Irgendwann ist gerade gepuckt in der Nähe. Hm. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Alles klar, 2,000 tot. Ah, was ist denn der Mörder? Na, wer denn? Ein grüner Fratz. Grüner Fratz? Okay. Grüner Fratz. Ach, ich bleib hier oben und guck mal, da kommt. Wie kenn ich ihn? Mach das. Ähm, ja gut, wenn seid mir die Letzten. Ähm, ja, ich hab aber so ein kleines Problem. Und zwar ist der Mörder bei mir. Er persönlich ist jetzt nicht so geil. Ich bin auch mit dem Aufbau und bin tot. Ich auch. Können ihm geschossen. Fuh. Toller Detective. Ja, was habe ich gesagt, nicht. Nein. Ich fahre, Mama. Ach, hier liege ich ja. Mit offenem Mund. Ja. Und ich liege hier total entstellt. Guck mal. Ach, ich bin auf den Bauch getreten. Hüpf, 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 hüpf. Witzig. Baut. Loh, ich bin tot. Habe ich gerade gesehen. Ganz so viel geportet. Er ist ja um wieder rumgerannt. Was? Bei was ein anderer. Nee, auch keine Ahnung. Baut. Was denn? Bin tot. Wer hat Angst vom Weitläufer. Wir bist eh nicht mehr, da. Aber die weiß man sowieso nicht genau. Das ist für das Schöne. Garf. 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 Ich hab einfach noch kein Gold. Ich hab nur noch. Ich hab schon zwei. Na ja, du. Du bist eh gut, also du brauchst eh nicht. Kein Gold. ich habe es ist jetzt noch keiner gestorben ich verblüffend ich habe eine richtig geile Posten ich habe eine Unsichtbarkeits Potion die Smaß schade dass man da nichts abgeben kann hätte dir was gegeben ich habe wieder zwei Gold und noch eine Posten und es geht alles gut der Mann hat irgendwas rotes an glaube ich ich sehe nur eine mit Orange aber nicht mit so eine Verbrecherkappe rote T-Shirt okay ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe es ist es war das für Unsichtbarkeit das habe ich verlesen ich laufe mal über die Dächer ich habe ich habe ich habe drei Pauschen zu gucken was da passiert ich habe ich habe ich habe meine ich habe Boah, langsam kalt. Geil. Da haben wir eine Lieblingsmap. Wer hier ist das? Da hat man schnell einen Bogen und die ist übelst lustig. Oh, schon wieder Innusiland, das ist ja echt... Ja, ich bin Mörder, ne? Okay. Ich lass euch dann bis zum Ende leben, also alles gut, ne? Ei. Hm. Oh, Gold. Ich hab einen Gold. Ich hab ein einziges Gold. Okay, ich hab zwei Gold. Ich hab drei. Ich korrigiere vier. Acht. Ich hab drei. Vier. Ich hab zwei Gold. Ja. Irgendjemand ist gekrepelt gerade. Ja. Die geile Passage ist offen, zeigt er an. Na ja, ich bin grad bei der. Irgendwann. Ich kann von hier oben, ne? Kann man einfach runtergehen. Ist lustig. Ich hab fünf Gold. Fünf bräuchte ich noch. Ich brauch noch sechs. Ich brauch noch vier. Ach, ein. Guck mal hier, Papa. Ja, komm, war das, Mann. Cool. Guck mal, hier ist der, hier ist der Secret. Also, wo man einfach runtergehen kannst. Ich brauch noch drei. Kann man noch wieder hochgehen? Ja, oder? Weiß ich nicht. Da ist noch ein Gold. Uah. Mahlzeit. Mahlzeit. Silberfischchen. Ich brauch noch zwei Gold. Ich brauch noch vier Gold. Ich brauch noch ein Gold. Ich brauch noch drei Gold. Okay, ich hab Bogen. Ich brauch noch zwei Gold. Wie viel ist es jetzt eigentlich gestorben? Nichts mehr. Ja, nicht. Wie wenig sind es jetzt gestorben? Ja, und liegen tote rum. Na, oder? Warte, ich komm mal kurz dahin. Ich kann gleich schon im zweiten Fall kaufen. Hier wieder fünf Gold. Mir fehlt noch ein Gold. Jetzt hab ich sechs Gold. Ah, da! Ich seh dich! Bleib mal stehen! Ich komm durch die Mitte. Mit nem Bogen. Hey, da ist ein Gold hinter dir. Guck mal da! Hinter dir! Gold! Au! Irgendwas pucht hier! Ja! Guck mal nicht hin! Nein! Wo ist er? Wo ist der Gegend? Ja, du hast da auch nen Bogen, ne? Ja, aber ich hab auch bald hier einen zweiten Fall. Wie viel hast du denn? Jetzt sieben. Ich hab acht. Jetzt auch acht. Neun. Und ich hab noch nen zweiten Fall. Hab ich auch gleich. Und Papa, wie viel hast du? Zweiter Fall. Wie viel hast du? Du hast, glaub ich, ein Fall, ne? Ich bleib jetzt hier stehen. Und gucke, bis der Mörder kommt. Okay, wir bleiben jetzt hier alles im Duett stehen. Mal gucken, ob der denn ist. Ja, dass der Mörder, glaub ich, AFK ist. Na, da würd ich nicht glauben. Passt dich ja gekrepelt. Ey, du! Jetzt hab ich den Platz gemacht. Wie geil? Der hat mich Platz gemacht. Ah, ich weiß, so der Anzug, man. Der hat an zwei Bogen, aber der ist der Mörder, da ist er. Ja, genau der. Genau der da war's. Ey, er hat sich von oben durchs Glas nämlich gesehen, dass der einen Bogen hatte und dann hat er mit dem Schwert zu gehauen. Okay. Da war das gute alte Glas. Hehehe. Das ist witzig. Oh, die Mem. Oh, Gott, Alter. Kann man mich denn gut verstehen? Klar und deutlich. Kannst du mich auch verstehen, kleiner gelber Freund? Halt die Klappe! Ja, ne, ich bin innocent, kleiner gelber Freund. Was bist du? Dentagard. Ach, Dentagard, spiel doch da gar nicht mit, du Arschgesicht. Da zählst du da wieder. Da zählst du da wieder. Oh, den tut. Ich hab's grad gesehen, ich wollte nur umdrehen noch. Aber hier liegen fast zehnmal, nein, nein, es ist süß. Das ist so ein rosa-farbenes Weibstück. Ja. Hey, wie wäre bei so liegen, so... Da ist es. Da ist es. Da ist es. Wo ist denn die Faischer? Seh ich, bist du tot? Ich? Nein. Ähm, Kompass-Ferden. Ich muss immer einen kleinen Achterbahn gerade fahren. Sonst reg' ich mich den ganzen Tag auf. Ach, da bist du. Ich war gar nicht hier drinnen. So, jetzt ist er erstmal wieder zufrieden. So, pass auf, die wartet hier wahrscheinlich eine Achterbahn. Die wartet hier. Ja, da haben wir ja eine Geschnauze und dann ist gut. Wenn du Bogen hast? Ja, noch nicht, aber ich arbeite. Sie fährt jetzt selber auf. Oh. Ich arbeite aber dran. Fährst du Holzachterbahn oder die andere? Holzachterbahn bin ich gefahren. Die kann aber nur, die kann nur ein einziger fahren. Ja, womit stimmt allerdings. Ich glaub, die wissen schon, wer der Mörder ist. Glaub ich auch. Wenn wir mal ja die ersten Opfer haben. Und wir liegen so schön nebeneinander. Die müsste ja hier wieder ankommen, die blöde Zäger. Mir fällt ja nicht so lange die Achterbahn, ne? Da liegst du und da lieg ich. Aber ich seh echt schön, auch so grün so. Schmeidige Haut. Hm, grün hast du schon vergammelt. Ne. Doch. Ich bin ein tolles Exemplar von einem Kobold. Oh, die Detektiv ist tot. Gibt's nur einen oder gibt's drei Detektivs? Einen, glaube ich. Nein, es gibt immer einen Detektiv. Und dann halt natürlich welche, die zehn Gold haben. Von der Innocence. Oh, der Lichter Kobold. Meister, jeder gibt's hier noch. Ach, der ist mein Schatz. Was? Wo bist du denn ausgestiegen? Gibt's von der Station zwei? Nein, ich bin auch wieder umgelaufen. Ich meine, ob's auch von zwei Stationen... Ja, es gibt zwei Stationen. Ihr fährt nur zur Hälfte immer. Ach so. Oh, ich bin auch tot. Oh, ne. Ach, ja. Wie ist das witzig, das Spielchen? Ja, das ist wirklich witzig. Oh, ne. Bisher haben wir Mörder immer gekriegt, oder? Oh, Mann. Ey, das... Was hast du denn jetzt schon wieder? Ja, ich bin schon wieder hier. Aber warten wohl. Innocence. 2 Gold habe ich schon wieder Ja, 2 Ja, endlich mal ein Gold Ich habe schon 2 3 Ich 3 Tch Ich 3 3 Oh, hier ist Lars Ihr sind teilweise coole Skins Teilweise ist noch kein einziger gestorben Ah, ich hab's auch noch nicht Pucken gehört Ich auch noch nicht Kommt noch schön genug Wir sind wieder ziemlich vorsichtig oder afkar Ein Pumuckl-Skin gibt's leider nicht, ne? Doch, klar Ich glaube, es gibt jeden Skin Echt? Pumuckl wäre geil Okay, hilf Oh, ich hab's 6 schon 1 1 Oh, 7 Das dann mal das afkar Sobald ich einsehe, der afghatische sich dann einfach ab Umstand einer afkar Ja Ja, also, äh, kenne mal Oh, Junge, ich bin's wirklich nicht, Broody Ne, hier steht er nicht mehr, er ist schon weg Ne? Ne Oh 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 Ouuuuh Wer, du? Ich nicht Äh Vorsicht, da nicht lang gehen, dann brebs da rum Gut, gehen wir mal anders rum Bist du oben oder unten? Oben Ich geh runter Ich hab nen Bogen, ne? Ich noch nicht. Mir fehlt nur einer. Oh. Oh. Oh, wir haben schon gewonnen. Hm. Ein Kobold. Ja. Ritter Grün sparen. Ja. Ey. Ich hab überlebt. Ich auch. Ich auch. Ich bin ja auch vor ihm abgehauen, weil ich gesehen hab das Schwert weg. Oh, hier ist ein Schwein. Lol. Jetzt wollen wir mal gar keine Schweine. Geil. Ich mach mal. Ich mach mal eben das Screen. Nö, da kann man runterfallen. Scheiße. Ja. So, bist du tot? Nö. Oh, ich dachte. Ja, aber mir. Ich musste auch grad einen Vierer Schwung machen. Wenn ich mich schreppelt. Ah, seh ich. Oh. Oh. Nein, ich hab nicht gesehen in der letzten Sekunde. Ich wollte das schnell umdrehen. Scheiße. Ich war goldsüchtig, da war ein Stück Gold drauf. Ja. Der kriegst das für Minusabzug. Hm? Der kriegst das für Minusabzug. Weil der dich getötet hat. Oh, 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 oh. Der war mal tot ja doch nicht umsonst. Na, doch, schuldig. Aber ich hab grad das Gold genommen. Ich hab grad gesprungen. Und in dem Moment ist grad zurückgegangen. Ich war auf den letzten Block, weil ich gesneakt hab. Das ist ja so. Ach, ich hab Los. Ich hab' socken an, keine Sneaker. Ich hab' aber socken an, keine Sneaker. Oh. Oh. Fehlermaus und zwei Alex Kins auch Gold auch ich habe mich mal ein einziges Gold ach sind wir alle hier ja ja ich hab ein Gold ich auch ich hab noch ein Gold ja ich hab immer noch eins ich hab bis jetzt erst zwei ich hätte auch schon mehr gehabt wenn du mir nicht alles voll nase ach dann bin ich es wieder ja ich weiß wer der Mörder ist der hat den Krone auf pass auf der ist es lauf 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 ich hab mir den Bogen ich hab mir den Bogen lauf doch nicht er läuft in dem Meer scheiß ich muss weg tschüss geh ich verfolge mich nicht mehr Alex ja er ist auch gut auf ja ja das wäre das war keine Worte in den Faschen noch abhauen alter ich provoziere es richtig hart auch noch zwei Gold vom Bogen und ich dir meine Sackgaste alter ich war fahrschul tschüss tschüss ist der oben oder unten er ist in der großen Halle also unten er ist der König oh ich hab ganz so richtig bovenziert in er muss er sich gut treffen ich habe jetzt auch okay wenn er auf mich gehen kann sie nicht von hinten gehen also auf Essen vielleicht oh mein Gott erst jetzt schließe ihn Nein ging nicht daneben aufweichen Tod Scheiße Alter, meine Prozente sind echt scheiße im Moment ich finde das ist witzig also sag mal, ich gebe sie 10 Oh ne Was denn? Du bist doch wieder innocent Ja, ich auch Da kann man runterfallen, Scheiße Ja, ich nicht Da kann man auch runterfallen, Mann, ey Da kann man lieber runterfallen An jeder Ecke kannst du da ins Loch fallen Oh, jetzt wird das mit dem Gold, bitte nicht Die Hier steht einer und so weit einer rüber ist der Tod Ich darf es noch überleben Hier gibt es kein Gold, ey Ah, hi, ich sehe dich, hinter dir Ja Ja Da kann man Da kann man Was auf, hier ist ein Loch, nur also, pass auf mal Aus Ja da, ich suche noch Ok, ich suche ein eigener nicht so wenn man die Springstiefel an ich war in der Wand all jetzt ist es nicht und ich bin aber er ist er schießt nicht Junge ich war direkt vor dir ja du lebst noch wer ich ne ich bin tot ich auch und du steht es bei mir hier was mit dir lebt ich noch nicht nimm mich einfach ein abgeschossen obwohl er gesehen hat dass ich gar kein Mensch sein kann weil ich vor ihm war anders gestorben aha aber manche Leute sind halt ebenso ein bisschen behindert wir werden müssen dann ein auch auf dem Straßenverkehr ja dann klappt es auch mit dem Nachbarn bin ich innozent ja ich auch ich nicht ok Pumuckl komm zu Meister Eder hilf wo ist Pumuckl? der ist noch nicht mal ein Pumuckl Kobold ja damit meinte ich dich oh ne da will ich nicht reingehen nein ooooh was denn ich leb doch ja ich weiß aber wer der Mörder ist wer denn ich weiß es da ich würde aufpassen da bei diesen Fallläufer würde ich aufpassen ist das? ich will dich dran nicht ich hab dich ja bewahrt alles klar danke sie machen von mir auf warum machen diese Leute das man ich verstehe es nicht darf einfach nur rüber und die drücken den Hebel runter ui toll wo wärs Mörder? weiß ich nicht das Pumuckl das Pumuckl das Pumuckl das Pumuckl ich weiß es wer denn Papa Quatsch ich bin irgendwie der Mörder oder so doch was sagt denn das? uch da liegst du ja wie kommt das denn passieren? deswegen hab ich mich doch gefragt was? na als oh nein wirklich als ob er ein Mörder ist er kann ja nicht mehr killen weil mich schon andere gekillte haben weil die denken ich bin Mörder nee das warst du aber nicht das ist ein Feuerchen so ich brauche noch ein bisschen was da unten liege ich oh 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 ne ich bin traut glaube ich mhm oh weg ficken wir auf mich John Gold wo ist der Mörder? wo ist der Mörder? wo ist der Mörder? das bist du doch du Hain das weiß ich ich weiß es auch ach da kann man mit einem Schalter machen das ist ja cool ja deswegen bin ich ja runtergeflogen jetzt geht's nicht mehr ja aber wenn du Gold hast dann geht's ach so guck mal die legalgekrebelten Artgenossen ich bin unten wer ist denn jetzt Mörder? ist Power jetzt Mörder? ja ah scheiße er hat verloren er war da hätt es einfach drauf gehen müssen da ist einfach Schwerten zack ja wenn ich keinen habe kann ich nichts machen äh Papa nicht ich fand's witzig ich war mal der Mörder 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 zack 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 diese Mörder machen wir noch gar nicht oder? waren wir schon oder die ersten sterben schon oh oh ein mörder das geht aber richtig hart alter lebst du noch Papa? ja achso okay Der Detektiv ist tot. Naja. Der Resid, der aber richtig ist. Er ist richtig guter Mörder. Ich habe nur keine Ahnung, wo ist denn der? Warte nicht. Okay, einer hat den Bogen wieder. Hast du den Bogen? Nein. Okay, er wird ihn dann. Warte nicht, ich bin ein anderer Spieler. Warte nicht, ich bin ein anderer Spieler. Toll, ich habe den Trank genommen und kann nix mehr sehen. Klasse. Jetzt kann ich wieder gucken, aber total langsam. Hast du Langsamkeit gekriegt oder was? Ja, zuerst Blindheit, dann Langsamkeit. So, jetzt geht's wieder. Oh, der ist der Detektiv tot. Hast du die anderen vielleicht gesehen? Ich sehe nur so, weil man sieht die gar nicht, ich sehe nur dich immer die ganze Zeit. Ja, und ich sehe nur dich, du bist der Mörder. Nee. Ich glaube, wir die ganze Zeit irgendwo weg, weil ich ja nicht weiß, wer der Mörder ist, weil ich sehe dich ja nur. Deswegen, ja, ich sehe dich ja immer nur. Hast du den Bogen? Nein. Okay. Ah, ich habe wieder einen Bogen, perfekt. Ich auch. Wer ist denn wohl der Mörder? Oh, lol. Das war mir aber klar. Wohin toll. War mir auch sowas mal klar. Ja, come on easy. Nein, Spaß. Oh, diese Mörder, die ist so schwer, weil du kannst einfach runterfallen, die ist so offen, deswegen. Ist doch witzig. Das ist echt schwer gewesen. Wir haben schon gleich am Anfang schon gleich gekillt. Das war nur aus Versehen, ich habe ein Double-Hit aus Versehen gemacht. Genau, du hast es so platt gemacht. Wie war drauf, so sollte ich fehlen. Ja, danke schön, kleiner Gelber Freund. Sehr aufmerksam. Wie bin ich Mörder? Vielleicht bis jetzt genau Mörder. Nein, bin ich wirklich nicht. Und du bist mich als allererstes. Läu, die ist in der Tür. Oh, Gott. Da kommen wir runterfallen. Da kommen wir auch runterfallen. Scheiße. Ich bin tot. Oh, das ist schlecht. Erster, du bist jetzt schon tot? Ich bin runtergefahren, wenn da ging ich ab, wo ich zurückgehe, da ging ich aber auch ab. Oh. Oh. Ah, das war knapp. Diese Falltür, ne? Ja, die machen das 6 Uhr. Warte, Yanka, ich weiß, wie wir da nach oben kommen. Komm, komm mal mit. Komm, komm mal mit. Warte mal. 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 Das ist ein Weg. Das war ziemlich schwer. Jetzt warte kurz. Also, bleib kurz stehen. Du kommst gleich aus dem Teppich. Und da musst du springen. Und sprinten dabei. Hier. Hier musst du springen. Oh, das kriegen doch gar nicht gebacken. Das kann man vergessen. Mit dem Sprinten und springen das auch. Krieg doch nicht so gebacken. Da. Da ist er wohl. Und da ist er wohl. Da ist er wohl. Das ist wohl. Wo? 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 Der war doch geil, der blöde Bruder. Da ist er. Ich sehe dich. Nein, siehst mich nicht. Nee. So ein Steve-Skin ist ein. Genau. Der Mörder. Okay, wo ist er denn? Da, der da. Ah, guck mal, ich bin jetzt. Oh lol. Ja, gewonnen ihn. Ja, hui. Die ist das witzig, das Spiel. Boah, ich hab ne 1% Mörderchance. Alter. Ich 16% und 9% Detektiv. Einer von euch wird jetzt Mörder. Nein, ich weiß nicht, das stimmt nicht. Ja, locker, du war Papa war letztens, ich war, ja, es vor kurzem. Nö, die, mehr Walter. Hey, ich hab auch gemein, ja. Ich bin eh so, ich hab' nicht als Mörderchance, ich hab' ziemlich gut dabei, weil's eng, weil's offensichtlich ist. Aber ich weiß auch, in meiner Runde, wo ich den Bogen einmal hatte, ich hab' jetzt zweimal'n Pfeil. In den ersten Pfeil hab' ich einfach'n Longshot quer über die Map gemacht, in den Tektiv einfach easy gekillt. Oh, bei mir läuft echt gut, ich hab' schon 4 Gold, es läuft echt gut, grad. Ich hab' erst 2 Gold. Ich hab' 6 Gold, 1, es läuft richtig gut. Ich korrigiere 1 Gold, hab' mich verzählt. Ich hab' 7, 8, 9, läuft richtig grad bei mir. Komm, 1 Gold. Komm, 1 Gold. Mal weitergucken hier. Als ob jetzt genau 1 Gold nicht spawnen. Ich hab' den Toten gefunden. Oh. Ganz normal Steve Skin. Oh. Ja. Ja. Ja, ich hab'n Bogen. Oh. 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 Ähm, ich weiß wer'n Mörder ist, fängt mit F an. Frauchen? Oh Gott, pass auf, pass auf. Oh, auf, auf, auf. Ich nehm' Fahrstuhl, tschüss. Oh, das ist ... Einer flgangen Werb. Oh. Du lebst ihr oben? Wenn das ... also ... Lauf, lauав, lauute, die Kader undatte raus, dann raus, dann raus. Auf die Kader wurde auch sehr gut. Letzt ihr! Lauf, den pensieren doch noch mal! Hier wurde drauf. ssa어, 5, Fünfte estamos können. Ja, hm, danke. Nicht, bedauft hier du es offen ist. sie ist in der mitte beschreiben so ok ja ich glaub die ist mit da hab ich sie auch grad gesehen oh detective ist tot da ist er ganz gut diese verbrechen zahlt sie nicht aus fünf spieler ist ok aber die was bist du so schadenfroh wenn ich da liege ich will nur für zuschauer sagen dass es halt ähm verbrechen nicht auszahlt aha achten und dann wer dazu nö und auf YouTube hochgeladen ist das Geräte von der Technik spielen um dazu kann auch gleich auf die ersten gewaltigsten aktuell gescheitst hat anders schon tot doch das schon ganz lange wird aber wer es tut ich glaube ich weiß wenn man es gibt ich finde es immer so klasse bei pvp das Gepuke so witzig komm wir auch mal wieder mal auf dem Boot schon gefahren was ist das denn für eine Gestalt sowas ist so rasiert das war so ein Waldläufer ein unrasierter ja aber man kann sogar zwei mal fahren wusste ich gar nicht auch man soll das noch Achterbahn fahren musste ich vorher fahren mann unfair das laufende Kobold hinterher nein oh mann und wieder ein Prozent boah krass oh mann ey oh die ich benetigt das nicht mehr vollpfosten ne bekloppt was machst du denn hier komm geh weg dann drehe ich mich nicht auf das gefühl dass irgendwer von euch schon mal 5 Gold habe ich schon mal wieder er ist schon gestorben einfach noch nicht einsteigen bitte okay noch nicht einsteigen bitte okay warte noch bis du bist auf den Knopf drückst okay warte noch bitte warte noch warte noch warte noch als schafften darf gedrückt die noch nicht mehr warum wenn ich da können ich zusammenfahren siehst du mich ich werde hier neben dir zu sagen weil bei der Holzbahn da war ich gar nicht er war etwas in der Form hier doch da wenn du es andersrum gehen muss andere wahrnehmen weil dann wird sich hier und und Papa da hat ein Scherben nur dann fahren könntest du musst dann auch den Knopf drücken okay nicht nicht daran und ist er nehmen so gut als ich ein Gold nö so ja wo ich noch mit der Gold da können wir nämlich zusammenfahren können wir alle leben auch ich hab 4 Gold 5 Gold ich 9 ah noch ein Gold da hast du auch einen Bogen wo ist der Mörder man hört ja noch gar nix ich hab auch schon mal das Poppum gehört ich hab 7 8 aber oder ein Gold für den Bogen die kommt das achte aber weiß wie Cola Gold gibt es immer überall komm bitte so damit komm mit damit einfach so aber noch nichts drücken gleich okay guck mal hier ist ein Knopf nicht drauf drücken auf den Knopf nicht drauf drücken auf diesen Knopf noch nicht noch nicht okay erst wenn ich dann da drüben bin okay wenn ich sage ich bin bereit dann klickst du auf den Knopf und ich auch okay also nicht schlagen sondern klicken also Rest also links klick für dich bleibt du doch hier bleibt du hier und ich sei dann gleich wenn ich kann okay 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 dann warte kurz ich komme ich bin gleich da da bei mir geht glaube ich nicht mehr ich glaube bei mir wurde schon gefahren ja bei mir wurde schon dann fahr einfach du ich kann ich fahr ich brauche nur ein Gold für den Bogen ich hab schon Bogen Loll wenn die war der Mörder fuck er war jetzt vor mir scheiße er war direkt vor mir scheiße ähm der hat der Mörder ist hat ne grüne Hose an ah Bianca ist auch schon tot der hat wohl den Mörder erschießen pass auf der ist links von dir geht der grad hoch links 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 ich kann aus links er geht er hoch er ist um ihn ist heute sie ist ab als rechts er ist aber gerade auch wenn ich da wenn es liegen was sagt links links ist da du musst ein Zeissien hier wenn es heute sehen er ist das kann ausgaben aus ja genau wenn er überhaupt noch ist ne doch da ist er noch leucht ne das ist er nicht mehr doch da ist er da ist er jetzt um die Ecke schießt 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 ja juhu erwischt ja ich wollte ihn erwischt und dann hat er war immer wieder schneller er war direkt vor mir alter doch frau ich dir das halt schon langsam halten Sie abel du machst überhaupt nicht mit hier klingt dich da lieber an ich hab den Mörder gefunden oh ich hab 2 und 2% alter ich hab 10 und 2% oder das ist so gut es ist so gut Prozent ich bin die Teckte noch ein ich nicht gemeinkommnisch wo ist der Mörder kann man ja auch oh mein Gott ich hab ihn hier genommen ich hab einen geilen Weg gefunden mit Jump'n'Run oh es ist mega creepy oh fast gestorben ja ich hab's geschafft was oder ich hab' man hier hält ja danke jeder genau vor mir warum Leute warum doch gewonnen da habe ich gar keine DZC gebraucht ich war ja einer ha 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 oh manne ich bin ins Loch gefeiert es geht so gut oh was ist der Mörder ja die heilig 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 von der Ehe sicherlich werden bei mir hat er da ist es aufgeholt der Wieser-Kanzel ist unterfallen Mara Wart und macht bitte da wird stehen wo ich war da oben da oben nun hat dann sehr darüber geschossen hat den Titel mit einem Bogenschutz mit einem einzigen Fall um die Wünsche mit Hilfe irgendwo wer ist mehr weil hier Schneemann war es hier was nicht hast du Gold nein aber er hat sich mit den Posten zu ich bin ich bin unsichtbar um mein Gott ist das okay ich bin weil ich kann Gold auf dem Super ich bin wir unsichtbar Achtung das ist die negativen oder ein Ortschicht der Produkte ja es war ich konnte mich gut und freundlich freundlich lustig Prozent 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 Jetzt sagt man nur, er ist blau und er ist orange. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Lebst du noch? Ja. Ach, hier nix du ja. Ach, ja, ich bin ja da vor dir. Sie sieht ja auch hübsch aus, oder? Gutes Holz gearbeitet. Au! Ah, jetzt sehen wir fast ineinander. Ich bin tot. Ah, die klingeln aber. Oh, ey, das wird doch wieder ein. Oh, fuck mir. Das ist auch witzig. Ja sicher, das ist lustig. Findest du das auch lustig, kleiner Kumpel? Ja, ne? Ich glaub der Möller ist ganz in blau, ich hätt einer AFK rum. Ne, glaub nicht. Nein. Weil, es wird einer gekillt. Okay. Oh, drei ENO. Vier Innocence, womit einmal runtergekickt. Wer macht denn so ne Scheiße? Na ernsthaft? Wer macht das denn? Leute, die keinen Hirn haben. Vor allem, es geht noch nicht mal los. Ja. Alter, warum machen das Leute? Man muss noch nicht so Angst haben. Es geht nur einer. Wollen wir noch keine vier herunterschieden? Hallo Schatz. Ohhhh. Ohhhh. Wir zugehen. Küsschen. Ich bin einfach offen. Okay, jetzt bin ich entspannter. Wir haben hier noch einen Torbogen. Das ist die Sackgasse. Das ist die Sackgasse. Das ist die Sackgasse. Ich gehe die ganze Zeit nur auf diesen Torbogen. Oh. Gehen wir mal die Treppe mal hoch. Oh, hakt ab und zu. Nein, ich seh auch. Ich guck mal auf den Bogen. Guck mal. Hier bin ich. Jo. Nein. Oh. die ober auf dem turbo von fäscher die ober auf dem bogen hier oben hier über den über den gold hier ja ach da jetzt sehe ich dich wo ist es manche sind halt ein bisschen ich glaube ich weiß wer das war ach so Prozent der KM C an das ist zu ich bin aber nur über mann er das ist ja wohl gemein diese Tür na ja vor allem dieser Gäste gibt es hinter einem Geld nicht so einfach ist ja das war erst das ist ja noch ein bisschen kapieren nur ich krieg das nicht so gebacken ja zwei Tasten drücken und jetzt wirst du Papa ah die Feuerchen sind toll Papa der Möller war hinter mir er hat ne Alex Kinn aber es gibt zwei von denen der springt grad runter läuft jetzt über die er ist runtergefallen er hat es gesehen aber wir haben gewonnen ja ja und ich bin gestärbt toll ja kommen sie wieder so ne ja 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 wir wissen wir klar ne ach die schwierige Möller also das ist die schwierigste also wer da Möller ist ich mein Beileid ich habe ich glaube dass ich die Runde gewinne weil es ist so schwer mit Möller zu sein oh zum Glück die werde ich auch gewinnen wenn er so ein stumpfiger Innozenten naja ja oh neee wie tut mein linker Daumen irgendwie weh von W äh ne von A und D drücken von Zickzack laufen mal gucken hier wir sind aus dem Kamin ich komme jetzt ein bisschen wir können ja auch mal zu dritt Eckwart spielen nächstes Mal oh ich hab drei Potions ich bin jetzt einfach alle hintereinander geil Blindheit für 10 Sekunden geil ich freu mich jetzt schon ja hatte ich auch gehabt war super oh ich sehe richtig schön viel aber das ist ja richtig gemein boah ich wäre etwas runtergesprungen so nächste Portion noch mal Blindheit wollte ich mich verarschen zwei miteinander Blindheit ich bin so lahm wie eine Schneck und sie einfach vielleicht zwei Böcke weit so komm meine letzte Portion Langsamkeit wollt ihr mich eigentlich komplett Langsamkeit 2 ja genau komm warum ich gleich noch Übelkeit da hab ich alle Scheiße Effekte ich muss nur Mörder weiß ich nicht ich hab kein Bock er wartet bis alle versammelt sind und dann räumt da ab auch hier ist einer tot was ich bin noch mal gesagt hier ich ist tot ah hier ist ein Alex Skin ne es ist die Skin da mach dir irgendwie Angst tschüss tschüss ah wir sehen noch mal drei mystery Portion und was hab ich der erste oh und nun sich bei ne ich hab nur besitzen geil geil und noch ein Gold für Mogen soviel hast du schon Loll herrlich die Gäste ich trinke nur Tränke weil hier gibt es kein Laudanium das ist scheiße Laudanium sonst was oh ich hab's auch bin tot ich hab Speed 2 ich bin tot wer ist wer war so ein bunter Kerl war es glaub ich hab grad dann vorbeigelaufen hollo ich bin durch ihn durchgelaufen weil ich Speed 2 hatte einfach mega schnell war so gut eins noch dann reicht das erstmal was oh jetzt schon wir haben fast eine Stunde schon voll Freunde ja 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 ich weiß aber weil wir können ja noch weiter spielen aber der Stream stoppt man dann erstmal ja das können wir machen das wäre eine Alternative der geht echt mal rum ja das stimmt du mal zum Abschluss mal richtig schön innocent oh wie's Liebe ich bin Detektiv ja dann kann ich die Mörder gehen ey ich hab mir ein paar Portions mal wieder drei und versucht mal Glück so die schönen drei Portions das ist ein bisschen eine auch wieder Speed 2 oh mein Gott ich bin immer so fucking schnell was so lustig mit Speed 2 wo wie schnell ich bin ich bin richtig schrecklich was oh ey das Gold haben und das ist ab einer der in den Regal wo hinfällt ich war unsichtbar und ich bin tot was du mir da ja ich nein ach so ich dachte schon war so ein schlöder innocent ich schätze mal irgendwie so eine neutrale Person ich hab ja nicht drauf geachtet und lief einer mit dem Schwert rum ja gut eins brauchen wir noch ja ok dann kann ich das Bett legen dann lieben wir kurz sonst geht sie nicht immer so weiter ok ok und auch noch mal schön innocent oh das ist aber toll ja das klingt aber nicht überzeugend eher nach Mörder naja mit fünf Prozent Mörder genau ich bin kein Gold gut man muss ich wohl mein Schwert benutzen schade ich will eigentlich nen Bogen benutzen schade nein einen hab ich ja schon wo seid ihr denn weg ah ich seh dich ich hab schon gewonnen ja ich war ja ich bin auch hinter dir ich war auch kein Mörder ich war eh ich war eh nur sind ich auch guck mal da liegt Frau hier hüpp 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 haaah okay dann war es erstmal soweit würde ich sagen okay ich bedanke mich bei Feshaha und Wagenjay der das ganze angezettelt hat naja ja und dann bis zum nächsten Mal na ich war runter Bis dann nicht. Ciao. Tschüss.